Willkommen im Stand von der Post, hier auf der Springbräck. Vorher wird es in die Haut aufgemacht, also in die Sonne. Und ich wollte euch zwei Sachen beweisen, die ihr Leben einfach machen können. Das ist die Pack-Up-Station. Und dann erlade ich ihr Pack ganz bequem hier zu finden, ohne dass ihr die Briefträger hinbekommt. Wie funktioniert das? Super einfach. Ihr geht auf die Seite packup.lu, die schreibt dir schon, die kriegt dann ein Referenznummer. Und dann muss er nun ihre Adresse nicht ändern. Wenn du eine normale Adresse hast, für den Pack soll an die Pack-Up-Station kommen, dann muss man hier den Pack-Up-ID beizufügen und an das Postal zersetzen, mit der Nummer von der Station, die auf packup.lu. Die Pack geht dann hier an die Station geliefert. Sobald es hier sind, die kriegt von hier ein SMS oder ein E-Mail oder die zwei. Und hier ganz einfach, indem ihr euren Code hier antippt, könnt ihr den Pack hier empfangen. Das zweite, was ihr Leben viel mehr einfach möchtet als ein Telefon der Post. Das müssen wir sagen, ihr könnt hin und der Programm, die ihr wollt gucken, ist schon am Gein. Eben, super einfach. Mit einer Tast könnt ihr hier den Restart rum starten. Und das erste Programm, die ihr wollt gucken, die geht für Mufangunde rumgespielt und du schickt, dass wir fertig sind. Das gilt nicht nur für die Programme, die am Moment lebt, sondern auch für all die Programme, die auf 100 Schäden von der Telefon der Post geliefert sind und die leicht vernünftig sind. Alles macht das Telekommand. Der Restart an der Replay, die wir hier im großen Ekran haben, könnt ihr auch auf ein Tablet oder auf ein Smartphone holen. Durch die App Postewego, die gratis ist, und die ihr euch ermöglichst, am ganzen Land Toilette gucken. Für die Replay, das ist super einfach. Sie geht hier einfach auf das Programm, und ihr geht hier an der Vergangenheit. Und das ist sicherlich ein Programm, die ihr euch gerne gucken, ist direkt auf Play. Und wir sehen uns am Gang, das Programm von halb 11 Uhr, auf dem Morgen zu gucken. Die Telefon der Post feiert das Jahr zehn Jahre. Und dafür feiern wir Top-Promo. Für alle Klienten, bitte mal für alle neue Bücher, die abonnieren, zwei Monate für die Nacht. Ganz einfach am Menü gehen, an der Telekommand, die bestellen. Für alle neue Klienten, bitte mal am Kader vom Package Bamboo, oder das Tele-Offer, dem Internet an dem Telefon, bitte mal die Telefone von der Post gratis sind bis zum 31. August. Im Stand hier könnt ihr auch die neuen Telefone aufpacken und aufgucken. Wie zum Beispiel heute den neuen Galaxy S9 oder S9 Plus. Und natürlich auch noch ein Promo. Ob alle neue Scooby-Di-Abonnements offert ihr mal den nächsten Monat, gratis. Wie ihr seht, wir haben hier im Stand von der Post ein helles Wurf für Sachen, also die sind willkommen, bis zum Sonnen hier bei uns nachher zu kommen. Bis zum nächsten Mal.